Man muss tun, was man tun muss. Man muss tun, was man tun muss, genau. Auf geht's. Die Rebellen sind überall. Die Rebellen rücken vor. Bringt die Situation unter Kontrolle. Oh, da kommen sie schon durch den Gang hier, glaube ich, ne? Ja, das kann gut sein. Oh, ne, die kommen alle von rechts. Oh, komm mal her, hier. Oh, hier von der rechten Seite. Okay. Oh, da waren gerade drei Mann hier gesehen. Einen habe ich. Ja. Ach, verdammt. Ich halte mal die rechte Seite, mal gucken. Versuche mal hier ein bisschen was zu halten. Ach, wir sind, na, wir sind ja auch heute. Na, kann ich sagen. Oh, zu viel, zu viel, zu viel. Ach, und da ist noch der Han Solo, oder was? Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ja, der ist da oben, oder? Oder wo ist der? Ne, das, na, das wir haben wir nicht sehen. Ah, es ist zwar ein bisschen Camping jetzt, aber wir müssen es ja verteidigen. Ja. So, weggehauen. Ich glaube, die haben ja eigentlich ganz gute Chancen, besonders mit dem Han Solo. Da können sie eigentlich hier ganz gut durchbrechen. Ja. Oh, jetzt kommen sie alle hier. Von dem Tor hier. Das ist echt gemein. Das ist inakzeptabel. Bring diesen Transport zum Schnee. Wir haben noch die Kontrolle. Ah, noch läuft's, aber ich glaube, das wird... Ja, ja, ja. Boah. Ich bin geblendet. Ich bin geblendet. Oh, boah. Rollen, rollen, rollen. Boah. Na, jetzt kommen sie hier zu durch. Eui, eui, eui. Ja. Ich muss fliehen. Oh, den hat weggehauen. Haha. Geil, ist der geflogen. Guck, der hat sich selber geblendet, der Typ. Der hat auch nix machen. Nehmen wir das Power-Up mit. So. Hol sie weg. Jawoll, rasier sie. Ist denn da noch einer? Na, da. Guck mal, schluss mal den Transport. Das ist ne super Position, die ich hier grad hab. Ich hab's grad gesehen. Mit seiner Blaster-Kanone. Nice, nice. Na, der Han Solo? Han Solo ist auch tot. Seht du, dass der Transport nicht wieder in die Hand der Rebellen fällt. Boah, diese Blü... Oh, ist das gemein, wie man die sieht, ey. In der Region hier sind Rebellen. Nein, die ist da tot, ey. Mein Gott. Auch so n Rollbraten hier. Hehehe. Das ist ja auch ein Begriff dafür, ey. Nein, der Puzzle. Ich meine, das ist ja gut. Man muss es ja machen, aber... Das ist echt, ey. Manchmal so... So n Aufreger, da triffst du den die ganze Zeit, aber der rollt sich dann noch weg. Ja, ja. Ich hab ja eh manchmal so den Eindruck, da kann man auch gar nicht treffen irgendwie für einen kurzen Moment, aber vielleicht ist das auch nur Einbildung. Ja. Ich krieg hier die ganzen Sachen, die ich nicht mag an Power-Ups. Hey, ich hab den dreimal getroffen, den Nick. Ach, Mann. Oh, oh, oh. Ich muss weg hier. Ja, noch bin ich zu Null. Das ist super. Ja, ich hab's gesehen. Wie macht der Junge das? Du musst mir dann deinen Erfolgsrezept raten. Wo sind die denn? Die sind doch alle hier oben, oder? Na, jetzt wird's schwierig. Wahnsinn. Das kann nicht wahr sein. Oh, ich hab gar kein Schild ready. Das ist gar nicht gut. Nein, jetzt gibt's irgendwer anders. Greedo, glaub ich. Verdammt, ich wollte den haben. Hehehe. In Greedo hätte ich hier unglaublich. Ja, der macht so viel Spaß. Du spielst den ja auch echt gerne, ne? Oh ja, oh ja. Den hab ich ja jetzt auch endlich mal. Durch das DLC. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch noch eine Entscheidung, welchen Helden man dann nimmt. Oder nach welchem Helden man da geht. Ja. Ich hab mich selbst getötet. Hä? Der General hat das doch durchgeflogen. Egal. Was würdest du sagen? Ich glaub, da würde ich dann aber auch das Outer Rim DLC empfehlen oder nehmen. Ja. Also wenn man nur nach den Helden entscheidet. Ja, das ist doch das einzige, was ich mir jetzt auch noch zulegen werde. Bei der Todessterne gefällt mir nur an sich die Map. Auf dem Todesstern selbst. Und ja, Bespin ist halt Geschmackssache, aber... Ja. Bin ich nicht so der Freund von... Ja. Aber zwar ist halt die eine Map hier, diese Carbonit Gefrierkammer, die gefällt mir auch ganz gut. Ja. Weil die auch ziemlich klein und verwinkelt ist. Naja, aber das macht natürlich wieder den Sekundärschuss da sehr stark. Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, ja. Ja. Oh, jetzt kommt die Leia hier. Ja, natürlich. Komm, kommst du raus. Boah, wo kommen die denn alle her hier? Ja. Ich glaube, so langsam werde ich sterben. Du bist immer noch zu null, ja? Ja. Nein. Da waren zu viele. Oh, da waren zu viele. Warum sind die mir denn da alle hinterher? Jetzt bin ich zu eins. Kann nicht sein. Das ist ja auch eine gute Position. Ja, nicht wirklich. Dieses Scheiß-Kundärfeuer hier, ey. Das Teil mal stoppen hier, ey. Ja, Bazooka, ey. Natürlich. Oh, da waren ja auch ganz viele gerade, ey. Ja. Diese Ehrengarden, die halten auch einfach zu viele aus, leider. Ja, finde ich auch. Da oben ist der Boba, aber da ist schon einer. Schade, schade. Ach, da hat man echt Pech hier gerade. Naja gut, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe heute schon so viele Helden bekommen. Ey, ja. Drei Snack ist Snack, ey. Das krieg ich dann doch mal von, ey. Grad geil aus, ey. Du bist gerade vor meiner Granate gesprungen. Okay. Ich habe gedacht, das ist deine Gegnerische. Ne, das war meine. Da haben die ihr Schild abklickt mit Mist. Ich muss sie abhauen. Sorg dafür, dass der Transport bleibt, wo er ist. Ja, wenn der Boba sich noch lange hält, dann geht das klar, sage ich mal. Ja. Das wäre super. Ja. Das ist einer hinter mich, oder was? Das kann nicht wahr sein. I need help. I need help. Nein, ich habe mich schon wieder gekillt. Das kann nicht wahr sein. Du siehst, dass die Granate vorbeifliegt und trotzdem stirbst du. Das kann nicht wahr sein. Na ja, mehr Funny Moments. Das ist auch was. Das ist best drauf. Oh je. Ach, schade. Jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Jetzt sterbe ich gerade wieder die ganze Zeit. Weißt du, da hat man einen guten Lauf und dann stirbt man und dann ist alles vorbei. Ja. Wo ist der zu schnau? Ich mache schon aus, ja. Ja. Boah, da sind... Alter, da hat mir einer fast das Leben gesetzt. Okay. Und zwar ist das noch immerhin. Eieiei, man hat doch immer so einen Pechersmann direkt in so einer Gegnerraude reingerät. Ja. Boah, die sind da auf dem Berg links, ey. Ja, war ja klar. Wo ist Dix doch? Da oben, da kommt er runter, er kommt runter, ja. Genau. Sehr gut. Den haben wir. Geh mal von rechts lang, warte mal. Gucken, ob da noch genau auf die Idee kommt. Hier könnte man eigentlich auch das Sprungpack ganz gut gebrauchen noch. Ja. Am Ende, aber vorher halt nicht wirklich. Ja. Ich hab hier mal ein Geschütz, warte mal. Ist da ein bisschen hinstecken. Warte mal, stell mal das Geschütz. Oh. 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 Oh, spring doch weg hier. Oh. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Na, sind da noch mehr? Ja. Ja. Komm da gar nicht mehr zum Transport hin grad. Boah. Ich bin direkt hinter den feindlichen Linien, ne. Ich versuch's nochmal auszukriegen. Viel besser. Jetzt halten Sie Rebellen vor dem Transportwerk. Ist tot? Okay. So, jetzt haben wir's nochmal. Ah, ah. Unser Boba Fett eigentlich schon tot, ja, ne. Ich hab nix mehr von dem gehört. Weiß es gar nicht schon, ja. Ich glaub, der hat auch ein bisschen überlebt. Jetzt spawnen die gleich wieder hier hinten, ey. Kurz einmal rumlaufen. Ja. Ja. Oh, da sind einige da oben. Ich glaub, jetzt kriegen sie's gleich nochmal an. Ja. Ich bin jetzt hinter denen. Boah. Wir haben die Kontrolle über das Einsatzstil verloren. Haltet die Rebellen auf! Schnell! Oh, die haben's schon wieder ausgekriegt, diese Leute. Ja, ja. Das ist gut. Ah, es wird nochmal eine spannende Runde. Fünf Minuten, ob wir das schaffen, ey. Ich weiß gar nicht. Na, ich glaub, das wird sehr schwierig. Sind die alle da oben wahrscheinlich, ja. Können schon hingehen. Oh, da steht schon der Nick. Der hat schon gewartet hier auf mich. Oh, stoppen! Sehr gut. Ohne seine Eskorte kann der Transport nicht vorrücken. Ne. Da hat er mich weggemacht. Schade. Habe ich auch wieder an so einem Ding festgehangen. Das ist so nervig. Will man so durch die Gegend rollen und hängt dann an irgendwas fest. Ja, ja, ja. Das ist bei Endor sehr, sehr oft der Fall. Da hab ich schon übelst öfters überaufgeregt. Ja. Warte mal, ich mach mal so eine Mine ran. An den Transport hier. Sind die jetzt alle da oben? Oh, jetzt bin ich direkt in der Dioxysgranate hier. Oh, ekelhaft. Ah, wir verteidigen das mit Mann und Maus hier, ey. Ja. Au, 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 au. Boah. Ach, ich hab gar nicht gecheckt, dass das ein Rebell ist. Oh, bin ich doof. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Das wird nichts. Weg, wieder. Boah, jetzt blockiert mich mein eigener Droide. Das ist aber nicht gut. Ah, ich bin auch noch rausgekommen. Hm, das sah jetzt sehr, sehr merkwürdig aus. Was denn? Der Nick will hier seine Position wieder haben. Ja, ich hab irgendwie mit so einem Dings geschossen, aber es hat irgendwie keinen erwischt. Ah. Ja. Ah, der mit seiner Blindgranate, der Typ, ey. Uh. Da hab ich Glück gehabt. Okay, der ist tot. Nein, jetzt mach ich so einen Mist hier. Ach gut, dass ich das überlebt hab. Hahaha. Nicht hier runterrollen, oh. Nein, natürlich, ey. Eigentlich außerhalb der Reichweite, aber na gut, ist egal. Oh, das kommt man gar nicht durch. Oh, das wird nun mal echt knapp auf den letzten Meter. Wenn wir das mal gewinnen, Respekt. Ja. Oh, wieder von der Seite, ey. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Die Bomben kommen immer wieder irgendwelche Gegner auf mich zu. Wenn ich schon halb tot bin. Natürlich, ey. Dieser Monster, ey, der ist auch manchmal so ein bisschen. Na ja, egal. Ah. Da muss ich wieder irgendwie geil flankieren, aber manchmal denkt auch der Feind so mit, ne? Ja. Die ganze Zeit von rechts ran zu kommen, hat auch ganz gut geklappt die ganze Zeit am Anfang. Aber jetzt kommt mir da immer einer entgegen, ey. Schon wieder. Jetzt kommen die zwei entgegen. Ich versuche hier die eine Seite immer frei zu halten. Das klappt auch gerade ganz gut. Mann, der Typ nervt, ey. Ohne Witz. Oh, mit diesem Scheiß-Cycler-Gewehr, ey. Ah, nee. Jetzt bin ich nur am sterben, ey. Red. Danke. Die ganze Zeit da oben, ey. Das war ja gar nix. So, nochmal bei dir. Aber wir schaffen das anscheinend echt zu halten. Das wäre ja was, ey. Acht Minuten haben wir das dann geschafft. Ah, stopp, 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 stoppen, stoppen, stoppen. Nein! Ah, aber richtig knapp. 40 Sekunden nur noch. Scheiße, ey. Ah. Ärgerlich. Na, hier der Nick Carajo, ganz oben. Der hat wahrscheinlich das Ding ganz oft angekriegt. Mhm. Sieht mir fast so aus von den Punkten, weil wenn er zweite 29 Kills hat, dann... Ja, der ist auch ganz... Ja. Kann der Nick... Ja, MVP hat er auch gekriegt. Kann der Nick Carajo eigentlich auch fast nur die Dinger angemacht haben die ganze Zeit, ne? Na, der ist auch ein ganz guter Teamplayer, also ich habe ja auch schon öfter mit ihm zusammengespielt. Mhm. Ja, habe ich auch gesehen. Wir haben ja auch, glaube ich, die meisten Matches auch gewonnen. Das weh schon. Ah, schade, ganz knapp, da hat man mal kurz nicht aufgepasst, ey. Ja. Aber wir haben es echt lang gehalten. Ja. Ja.